Hallo, hier ist euer Robert Box 28 und wieder zurück bei der Evo Riff-Sinn, oder Riff-Sinn, oder wie das auch ausgesprochen wird. Aber die Lampe müssten wir mal ausmachen. Aber wir können hier hinten durchschleichen. Wir können tote Fockeln benutzen. Das ist dort hinten für ein Licht. Ah, das ist die Klinik, glaube ich. Den Nervenheilernstall. Wo die Gegner abscannen, das ist ein Scheiss. Die Schleiern einfach mal. Es gibt, glaube ich, hier verschiedene Wege, so wie das hier... Wie man... Hier irgendwo... Orang gehen kann. In dem Haus ist da jemand. Und... Shampoo. Das ist aber gar nur dazu. So, in dem Haus ist hier jemandem Pedo. Bösen Bärenfalle. Und die mitnehmen. Und die mitnehmen. So. Ja, dort im Haus ist da. Also ich sehe eh so wenig, weil teilweise spiegelt mein Fernseher extrem. Ich glaube ich nehme die scheiss Klarscheibe aus dem Fernseher. Also diesen Stolperdraht. Theoretisch, weil wir ja so klein sind, müssten wir den sogar nicht mehr auslösen, theoretisch. Also theoretisch, würde mir. Ist das eine Mine oder ist das keine? Das ist eine Mine. Aber eigentlich müssten wir die gar nicht auslösen. Wir können es ja mal probieren. Ne Sinn. Gut unten durch, komm. Und die Frage ist halt, was ist hinter diesem Tor? So lange, dass wir das Licht nicht anmachen, müssten wir eigentlich gar nicht zu sehen sein. Theoretisch. Ich weiß nicht. Wir wollen einen Schuhạnhflogen stellen. illi Oh f**k So wir haben die Zombe Kann der uns reifen oder So, den haben wir voll in den Kopf gestochen, und das gestochen schon. Diese Gesundheit regeneriert sehr. Jetzt aber aus Versehen, das ist scheisslich. Ich muss die irgendwie töten. Sehen die mich, wenn ich das jetzt aufmachen will oder nicht? Theoretisch, ja. Macht ja auch keinen Lärm hier, das Teil. Ist es mir falsch oder was? Ich habe mich gar nicht gehört. Ich bin erschockt. Hier gibt es nichts zum mitnehmen. Wir schleiern jetzt einfach. Aber wenn wir das nächste mal einen Spiegel finden, müssen wir unbedingt mal das Profilzeug abchecken. Hier liegt eine Doktor Hausakte. Kartenfragment. Geil. Spritze. Wie konnte man sich jetzt die Spritze geben? Ausrüstung. Ich höre Schritte. Ich kann hier nicht beim Baum durchlaufen. Was ist hier? Ja, das ist ein Tor. Nehmen wir uns auch bei der Wand. Moment. Okay. Okay. So. 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 ist nur der kleine team auf fach munition alles fach fach WTF? Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Scheisse. Nichts wie weg von hier. Und mit diesem Scheiss verabschieden wir in die nächste Folge wieder von der Evilrush 10. Und wir haben die Leute hinter uns her. Das wird noch witzig. Bis dann.